hallo und herzlich willkommen zurück bei drug dealer simulator so ich habe schon die bestellung herangeholt wir haben wieder und wir können wieder ja ich weiß habe gesagt ich wollte dann weitermachen hier weiter hochschieben das werde ich jetzt auch machen ein bisschen weiter sprühen hier noch is all town zum beispiel bei uns hier ist dann slums da muss ich mal gucken ob ich da wirklich sprühen kann aber ich glaube nicht ich glaube nicht und noch was ich möchte gerne mit euch mal hier pflanzen reinsetzen und versuchen also statt firecracker mal andere pflanzen zu nehmen und immer anschauen wie es aussieht wie die anderen pflanzen sind vielleicht kann man ja mit die pflanzen irgendetwas machen ich bin mir nicht sicher aber ich vermute mal mit die pflanzen kann man noch schneller ding dingens herstellen hier ecstasy heroin und so ein kram ist ich vermute mal das wird dazu sein deswegen bin ich hier wieder am anfang stadt anfang stadt ja sektor a und ich würde schon gerne ein bisschen weitermachen also wir haben hier jemanden der möchte 53 gramm johanna und so das können wir ja direkt machen 35 53 produkt verpacken mache ich jetzt einfach mal ich weiß nicht ein bisschen ich weiß nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let's go. It's just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Let's go. Yeah, it's my life, my strife, my right to fight to die. So. Da habe ich die Leute beliefert. Das waren erst mal die Leute. Shady. Meine Deals, Leute, waren das erst mal. Die habe ich erst mal beschäftigt. So. Jetzt habe ich hier noch einzelne Kundschaften. Die müsste ich eigentlich auch noch beschäftigen. Ja, die wollen nämlich auch was haben von dem, was ich hier besitze. Ich nehme erst mal für diese Folge auch alles an, nicht auf, an. Also erst mal alles annehmen. Das war es dann erst mal für diese Folge. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniere meinen Kanal. Aktivierte Glocke, um keine weiteren Drug Dealer Simulator auf meinen Kanal zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Genauso viel Spaß hatte dabei, so wie ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Drug Dealer Simulator. Und das bleibt weiterhin spannend. Shady. Bis wir endlich mal hier alle Städte freischalten können. Wir hören und sehen uns dann bald wieder. Tschüss.